Guten Tag, sehr geehrte Freunde des luftgekühlten Automobils. Hier mein spezieller Liebling, ein 1995er Porsche 911 Carrera Cabrio. Das Fahrzeug kommt auf den Turbo-Chrom-Felgen, eine 3.300 Dollar Option damals. Es ist den klassischen Indisch-Rot gehalten, der Amerikaner nennt es Guards-Red, um keine Verwechslung zu haben mit den Ureinwohnern dieses wunderschönen Landes. Hier ein kurzer Blick in den Motorraum, das ist vor Vario-Rahmen, Modelljahr 96, sehr sehr gepflegt Fahrzeug, kommt von einem Maserati-Händler und war eine Zahlungnahme. Hier ein kurzer Blick aufs installierte Windshot und den Innenraum. Beim Cabrio natürlich leichter, den Bilder zu erfassen. Das Fahrzeug hat ein großer Schalthebel und die Handbremse. Die Sitze, lederschwarz, Komfort-Sitze, elektrisch mehrfach verstellbar. Die Laufleistung des Fahrzeugs beträgt 70.000 Meilen, ungefähr 110.000 Kilometer, etwas mehr. Kommen mit dem Original Porsche CR1 Radio, verdeckt elektrisch. Nun ja, wie wir alle wissen, ein Klassiker, ein Investitionsobjekt, Fahrspaß garantiert, zuverlässig. Wir wünschen unseren Kunden in Köln allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit diesem Fahrzeug für diesen Sommer und für dieses Frühjahr natürlich. Es befindet sich jetzt auf die Fahrt zum Container. Der Container geht nach Miami und von Miami geht es nach Bremerhaven zum Umrückpartner. Vielen Dank und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.